Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800 und wir sind gerade dabei Schiffsbrüchige zu retten und warte 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 hier kommt er schon weil ich finde es echt interessant dass er da schon aber trotzdem ist es gegen den Wind total lang Sorken wir sehen wir die ganze Zeit welche nun hatte ich noch mal bisschen Ton leider genau hier sehen wir die ganze Zeit also Prozent um Dinger auflocken der Schuss das gleiche erwartet Anweisungen um m so gut dass du mal wieder zurück Ähm, ups. Genau, weil, ähm, also die, die Pop-Ups, die halt, äh, die ganze Zeit hochploppen, sind halt wirklich, äh, ja, man, man kann, ähm, die Inseln kaufen von den anderen. Und, äh, da muss man eben Anteile, äh, kaufen und so weiter und so fort. Am Monatsende bleibt noch was über. Genau. Und, äh, wir werden jetzt, äh, wir werden jetzt, ähm, unsere zweite Insel. Warte. Ähm, so, und ich glaube, zehn Eisen braucht man dafür. Ich, ich schau mal kurz. Ähm, ich schau mal kurz hier. Also, da, da unten ist die mit Hopfen. So. Und das, äh, deswegen, also, ich, äh, ich, äh, schon mal, ob, äh, das mit den Zehen. Ja. Passt doch. Ist doch in Ordnung, warte mal. Darf ich die wegmachen? Ja. Cool. Ähm, genau, weil, äh, meine Leute wollen Bier haben. Ist diese leidige Sache erledigt? Mit welcher Entschlossenheit sie die Dinge ansetzen? So, jetzt mag er mich auch ein bisschen mehr. Hat mir ein bisschen Kohle gegeben, wenigstens. Ähm. Neue Befehle? Genau, acht. Super. Dann kann ich nach unten fahren. Warte. Segel setzen! Ich mach hier. Hier kann, dann kann man auch, äh, Jagdrinde. Okay. Und Paprika, das ist gut. Hier ist, äh, Trauben. Sei Peter gerade drauf. Okay, Paprika. Paprika brauchen wir für die Dosen. Äh, das Dosenfutter, was die dann später haben wollen. Ähm, wir haben jetzt 300 Arbeitskräfte, das ist schon, äh, richtig gut. Und dann würde ich mal sagen, wie letztes Mal angedroht, werden wir mal zu, äh, zu den Handwerkern aufsteigen. So, äh, Varieté und, äh, Rum ist das neu. Rum, äh, da brauchen... Äh, äh, bei Rum, äh, müssen wir zur neuen Welt aufbrechen. Und, ähm, genau. Und der Typ, der Captain, der, äh, zeigt uns jetzt quasi, oder er, ja, schickt uns dann. So, äh, zur neuen Welt. Äh, aber mit einem Schiff. Warte mal. Äh, 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 da ist unser Schiff. Ei, ei! Das ist ja ein bisschen tricky jetzt. Weil, warte mal. Wer verkauft nochmal? Ich glaube... Ich fertige gerade einige Schnitzereien an. Die gesamte königliche Familie? Ich glaube, einer... Also entweder der oder... Ich glaube wirklich, der ist der, der uns Schiffe verkauft. Ja, siehle. Ja, Suchen von Kohle. Und, äh, er kauft einfach, egal was. Okay. So, jetzt, äh, schauen wir mal, was die für Sachen brauchen. Genau. Also, Fenster, das ist eben Quarzgrube, das ist einfach eine Grube am Sand. Wir werden mal jetzt einfach, ähm, Blaupausen, äh, anfertigen. Genau, ähm, die braucht 30, 30 und eine. Also, 1, 1, 2 oder 2, 2, 4. Aber, äh, so viel brauchen wir gar nicht. Genau, also hier eine. Dann, äh, ne, machen wir hier eine. Und Fenster dann hier. Genau. Hups. Ah, ist. So. Das, für später hat es braucht. Warte. Ähm, Arbeiter, haben wir genug? 100 Handwerker und, also insgesamt 200 Handwerker brauchen wir dann. Alles klar. Dafür brauchen wir eben Paprika. Das ist hier fehlende Fruchtbarkeit, aber unten haben wir die. Dann, dann können wir hier unten. Sehr schön. Oh, Kleinvieh kann auch eine Menge Mist machen. Ja, da hat sie recht. Ähm, so, hier haben wir jetzt 40, äh, so. So. Hier machen wir hier unser kleines Dorf. Und dann, ähm, hier können wir, warte, was ist das? Kupfer, Zink, Steinkohle und Steinkohle. Das ist gut, dass hier auch, äh, viel Steinkohle ist. Das ist eigentlich auch eine richtig coole Insel. Merke ich gerade. Zement. Was? Zement, okay. Äh, Eisen, okay. Weil, die ist auch richtig schön groß. Gut. Aber die, die hat halt keine Kartoffeln. So, ähm, jetzt hat erstmal, äh, Bauern. Bauernhaus. Ähm, hier Marktplatz. So. Ähm. So, Bauernhaus. Erstmal vier. Und dann, ähm, mach ich, äh, ich mach das mal. Warte, äh, 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 äh. Hier ist halt so ein fetter Wald, aber. Egal. So, am Anfang ist das hier. Äh, ich mach nicht, äh, zweimal in den gleichen Fehler. So. 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 Dann eins so. Und eins, äh. So. Kann das so gedruckt werden? Warte gleich. Ähm. Also, hier sind ja noch nicht alle. Vernetzt. So. Oh, absolut hoffnungslos. Die Menge, die Mangel an Bier aufgrund davon schändlicher Misswirtschaft trocknet die, äh, trocknet die, äh, tier, piet die, äh, fugen. Was? Nein. Äh. Von mir werden sie keinen Mucks hören. Ja. Es trägt ihre Handschrift. Ja. Also, ich, 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 fange ja eh jetzt an heute. Sind sie und genauso schmutzig. Ja, wow. Ist mir doch egal. Also, ähm. Ich muss halt, äh, ja, ich, 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 muss halt einfach schauen, ne? Warte, du, äh. Wir helfen, wo wir können. Genau, gehst ja jetzt, äh, nochmals zurück. Warte, ich mach mal, nochmal, äh, handvoll neu. Und dann kann ich anfangen mit Glas. Pflug auf, pflug und plop. Was, wieso, nicht? Ah, ich brauch noch Eisen. Ah, verdammt. Ah, jetzt, äh, jetzt hab ich ja das, das Falsche aufgemacht. Hm. Das war nicht klug. Warte. Warte, dann, dann, sag ich mal, ups, 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 ups. Dann sag ich mal, bitte, Eisen. Immer auf 30. Handwerk haben wir ja jetzt echt genug. Wie sieht's denn hier aus? Warte mal, Handwerker. Genau. Äh, Besucherkeil. Das, äh, Keil, das kommt dann hier hin. Äh, Rathaus. Äh, nutzt Items, um, äh, genau, genau, genau. Wohnhalter und Gebäude des öffentlichen Dienstes zu verbessern. So. Und hier, Eisen mehr. Wie viel Eisen haben wir denn? 22. Gut. Ah, jetzt, äh, jetzt hab ich, ähm. Jetzt hab ich gerade Eisen angekauft. Was war das nochmal, das ich erledigen soll? Es juckte mir schon in den Fingern. Ja, das ist gut. Immer gut, äh, immer schön arbeiten. So, wie, wie sieht's da denn mit unseren Produktionen aus? Also, das da ist jetzt safe, das da ist safe. Das da geht hoch, das da brauche ich gerade nicht. Beziehungsweise, ich kann ja jetzt, äh, Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Oh, warte nur. Dies, dies werde ich schon, ah, Kanonen. Stimmt. Ach, da, da muss ich ja schon wieder wachsen. Uiuiui. Ähm. Also. Wieder Blaupause. Da brauche ich 30. Uiuiui. Oh, okay. Davon habe ich nur eine, okay. Wirtshaus? Ah, aha, aha, aha. Ja, das wird's Hauskampf nicht bis dahin. Ah, Entschuldigung. So, wird's Hauskampf. Nein, nein, das wollte ich nicht. Ah, das wollte ich nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Richtung hier hin, oder? Oder wollen wir hier ausbauen? Ich würde sagen, also, ja, das, das werden wir nicht brauchen. Hier mache ich mal eine Viererkette. Nein. Dann kommt es hier hin. Da kommt eine normale Kette hin. Jep. Da kommt eine normale hin. Da kommt eine Achterkette hin. Wieso habe ich da eine Achterkette hingetragen? Nein. Und das ist ja auch eine Achterkette. So. Nein. Ach, komm. Das mache ich dann später weg. Dann mache ich ja Richtung Meer da unten so eine kleine grüne so ein hübsches schickimicki Ding. Ja. Ja, jetzt habe ich zu viel. Egal, dann mache ich halt so. Gut. und dann, warte, wird's Haus kommt hin. Die kann man auch hin und Feuerwehr. Das ist die Schule. Das ist die Feuerwehr. Ah, die, ja, die Feuerwehr ist da. Und da. Ah, die kommen alle hin. Das ist wunderbar. So. Genau, jetzt brauche ich hier wieder ein bisschen Holz. steht bereit. Ne, jup. Bitte, bitte Holz. Super. Wir helfen, wo wir können. Social. So. Ah. Gut. Ähm, Update. Hier die beiden. Dann bekommen die auch ein bisschen Fisch. Einmal hier und einmal äh, äh, hier. Ah, jetzt, ey, ich bin ja immer noch in dem Modus. So, dann Bauernhaus. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Genau. Ich wollte meine Täubchen bemühen, aber jetzt bist du ja da. Ähm, warte, warte, warte. Man tut, was man kann, um zurechtzukommen. Holen sie, weil Leuchtturm hat, geht sie nix an. Okay. Interesting. So, aber zuerst baue ich hier aus. So, dann mal rundrum. Einmal hier rundrum. Und einmal da. So, und dann da. Oh, das ist ja gleich um die Ecke. Hi, hi. Hi, hi. Na? Neue Befehle? Ja, hab ich. Ja. So, hier ist das Schifffahrt. Noch nicht. Ah, Dorf. Aber die, die brauchen ja nicht so viel. Die müssen ja nur, die brauchen ja nur jetzt, ähm, ja, hier das Zeug. Ähm, Warte, oder? Oder, oder, oder? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Brauche ich dafür Stein? Nein, natürlich nicht. Äh, warte, 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 brauche ich dafür Stein? Natürlich nicht. Super. Weil, da brauche ich 20? Äh, wahrscheinlich so, hm, 20, 40, ich würde 80 sagen, hier genau dasselbe, also 160. Gut. Ja, brauch ich schon noch ein bisschen. Was ist mein Schiff? Da ist mein Schiff. Neue Befehle? Ja, sei mal schneller. Ja, ich könnte auch... Spielstand gespeichert. Ein paar mehr Gebäude hier bauen, aber... Fehlende Ware? Oh man, nee. Ach, was sehe ich jetzt hier extra? Ja, das sind Grundbedürfnisse. Ja, eigentlich muss ich ja das hier schon bauen. Weil sonst vermehren die sich nicht so gut. So. Super. Gut, dann würde ich sagen... Hier einmal, zack. Dann habe ich 100... Immer dieser Nervenkitzel, wenn alles glatt geht. Ja, ja, ja. Bereit für neue Befehle! Äh, und wohin? Äh, kannst du ja eigentlich selber machen. Oh, okay. Soll mir recht sein. Ähm... Jetzt... Genau. Also erstmal... Jetzt hier rüber. Mit einem Lagerhaus. Und... Eins... Zwei... 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 Zack, zack, zack... Zack, zack... Und... Zack, 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 zack. So, und jetzt äh.... Tchack, zack, und zack. So, und jetzt muss ich halt neue... AK… Oculine neue Bauernhäuser gehen So... Ähm... Ähm... So... und dann vielleicht wird's aus und natürlich die so dann geht es ihnen auch gut dann vermieren sie sich auch schön da hat ja noch holz truff da mache ich einmal schon mal die haupten brauche ich sehr sehr viel das heißt jetzt meine straße weiterführen so nach irgendwo hin mach ich mal eins warte wie lange brauche 1,30 dann mache ich ein paar dann mache ich drei dann mache ich vier ich hab ja geplant mit vier gut dafür brauche ich was du heute kannst besorgen das verschiebe ich gleich auch noch mein kleiner glückssprenger oh gott also mit der verkehrt das ist jetzt mein boot tschep 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 auf der brücke genau aber da habe ich ja jetzt hier genug ich will ja hier auch um mal kanonen bauen 200 komm mach ich die hoch so das ist gut jeder ist hier für den anderen da ok ja seine zufriedenheit ist nicht ganz so gut wie sieht es denn hier aus mit meiner mit meiner versorgung sieht eigentlich ziemlich gut aus und stahl ist jetzt konstant auf ja es sieht gut aus sieht gut aus gut dann kann ich ja wieder zurück auf die andere insel ähm genau hier baue ich gerade genau äh hopfen hopfenheizus genau äh dann lagerhaus würde ich genau durch die mitte ähm spielstand gespeichert so der schlag diese hand nicht aus schätzchen ja warte 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 die forderte sich für 28 Was soll dieser Zwergenaufstand? Menschen legen ihre Arbeit nieder. Warte, warte, warte. Die machen einen Streich? Warum? Warum? Okay, Holz brauche ich eh nicht, aber warum streiken die? Denen gibt es nur Kusch. Ich habe meine Familie bei mir. Was will man mehr? Ja eben. Die wollen auch frisky, aber das ist mir doch egal. So. Pornhaus. Nochmal. Ja, also. Daran soll es jetzt nicht scheitern. So, jetzt noch Rinder farmen. Nee, äh, äh. Paprika. Paprika und Rinder. Kann ich ja beide machen. Beide, also die brauchen 10. Und die brauchen 20. Und, äh, beide 2 Minuten. Äh, ich würde von beiden 10, äh, nicht 10, oh Gott. Äh, von beiden würde ich jetzt, ähm, ja, 4. Ja, auch 4 machen. Dann brauche ich, äh, 40. Oder 120 brauche ich. Ja, perfekt. Fast so, als hätte ich es, äh, vorher gesehen. Ähm, wieder Blaupause. Zamm, zamm. Zamm, zamm. Zamm, zamm. Zamm, zamm, zamm. Zamm, zamm. So. Die müssen halt dann ein bisschen gehen, aber. das ist ja sonst kein Problem hoffe ich so, nur kannst ja ein bisschen ne, das sieht nicht aus auch von hier nach da ja der Streik wurde beendet ja die haben ja auch halt kein Grund zu streichen gut, ähm Rinderfarm wie sieht das ja bei denen aus ah, genau so okay oh, ich hab's falsch rum gemacht na egal Spielstand gespeichert Nein nein ah, hm äh, das sieht gerade sehr blöd aus, warte mal ne, warte mal das ist, das ist alles gerade blöd wie war denn das? wie war denn das? wie war denn das? wie war denn das? ne das, hä? das sieht doch voll dämlich aus nein nein oh Mann warte, wie wie war denn das? da, da gab's doch irgendwie so ne coole so ne coole Bauweise so, so ja, egal rechtlich jetzt hab ich da so ein Viereck drin noch kommen bis mit Blüten 8 dort soll die die Tiere freuen sich auch das ist doch wirklich blöd Entschuldigung. So, jetzt halt aber. So, hier bitte einen rein. Hier, hier und hier. Nein, ich hab dich. So, genau. Und jetzt? Lagerhaus. Stress hier. Ja, dann würde ich sagen. So. Den, äh, da. Geht auch nicht. Äh, die, die kaufen alle was von den Inseln. Das finde ich nicht gut. So, Kanonen haben wir jetzt 15. Und dann können wir gleich anfangen. So, wir haben jetzt... Da brauchen wir ein bisschen mehr Handwerker. Wie viel Glas haben wir denn gerade? 13. Ein Glas ist auch so ein Ding, dass, äh, da können wir eigentlich... Das Lager ist voll. Echt? Krass. Da können wir auch verkaufen. Rathaus. Das will ich noch nicht. Äh, wir können wirklich jetzt mal, ähm... So. Warte, die sind doch... Äh? Fehlende Waren? Das ist doch... Ne, fehlende Waren sind... Achso, die brauchen wir immer ein bisschen. All die sagenhaften Länder existieren wirklich. Ja, warte, warte, warte. Ich mach das mit meinen neuen Schrauben. Äh, Redegabe. Ausrüsten, äh, ähm, Rathaus. Schiff und Schiff. Selbst mal Ravaracken. Steuermann? Ja, warte, dann gibst du den mal ans Rathaus. Hafenmeister rein, genau, okay. Dann kann ich ja hier eigentlich jetzt... Oh! Spielstand gespeichert. Wie viel da? Selbst bei diesem hellen Mond giert es mich nach Sternenlicht. Erretten sie mich aus dieser quälenden Ratlosigkeit. Suchen sie Bauern an Kirche, Markt und Wirtshaus. Ähm. Diesen Sonntag stelle ich die Frage aller Frage. Aha, Wirtshaus. Der Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied. Okay, das klingt seltsam. Gut. Es ist schon wieder zu spät. It's time to say goodbye. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Tschüss. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.